Den Speer mal mit dem Ding raus. Danke. So, jetzt ist das Schlimmes kapitel. Komm, werd schneller fertig. Ja, ja. Da. Ja, Honey Nuggets. Auch nochmal Honey Nuggets kommen. So, Fisch hier reinschmeißen. Honey Nuggets. Na dann, go, go, go. Abigail, komm. Abigail, wir machen ein bisschen Ärger. Unterwegs noch Blumen suchen. Und kein Schmetterlinger. Ne? Fing Leben noch, ne? Ja. Da hoch oder hier weiter noch? Hier lang. Ich glaube, ich brauche gerade dringender Linden als du. Ich brauche Gehirn. Ja. Das ist mein verkacktes Problem. Ich stein mal dir doch die Schmetterlinge da. Eine Sum Sum. Hier ist ein Springloch. Wo geht das denn hin? Ich glaube, das ging ja auch dahin. Nein. Das ist unten. Okay. Pfff. Ja. Vor allem, wie mein Hull eben oben hängen geblieben ist. Hier hoch, ne? Hm? Ja. Da. Oh, das ist ein Fröschen. Oder das ist ein Fröschen. Wirklich, Abigail. Musste dich wieder mit den ganzen anlegen. Warum, Abigail? Haben wir es jetzt, Abigail. Aber dann greift die doch an und macht keinen Unsinn. So. Problem gelöst, Madame. Dankeschön. Komm mit. Ja, Madame hat immer so geistliche Probleme, immer andere zu attacken. Ach so, das ist nicht mehr aufgedeckt. Als geistdeck ich das hier auch, aber jetzt nicht mehr. Auch gut. Ach so, Spinnen gegen die. Nee. Komm, lass lieber weiter. Abigail? Nix machen. Du bist tot. Ah, meine Karte, ne? Ja, gut, dass ich noch weiß, so lang. Ja, ist ja nur den Weg bestimmt entlang. Ja, nicht ganz. Du guckst dir mal an, ob die von den Teilen hier rumhängen. Ja, die kann sein, aber dann kriegst du schnell Sachen raus. Ich weiß. Hier sogar Papieren. Abigail? Ah, du brauchst extra's. Kann auch sein, dass die Köter irgendwo links weiter waren. Ja, wenn du's anders finden, ist es okay. War leck. Hä? Ja. Ey, war das grad extrem leck mir. 248er Ping. Muss ich links lang, oder wat? Kann sein, ja. Boah. Jetzt geht's wieder. Dein Ping wird immer höher. Dein Ping wird immer höher. Spinnen. Ah, Walking Tree. Vorsicht. Das war hier irgendwo dann. Oh, hier ist ein Lavasee. Okay. Okay. Da sind Lavaseen. Die kenn ich aber auch noch nicht. Oh. Fett Flyder Spy. Na komm, hier ist das Ding doch. Autsch. Ist das verkohlte Leiche? Ja, Crispy. Crisp Gallican. Bei mir deckt das nicht auf, wo du langgegangen bist. Ups. Okay, ich hab das Ding aufgemacht. Oh, es wird heiß, es wird heiß, es wird heiß. Fuck, 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 fuck. Du hast das Ding aufgemacht, ne? Ja, ich hab den Kühlschrank geöffnet. Fuck, 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 fuck. Alter. Nimm das Holz auf und ich geh wieder. Dann seh ich, das macht mir viel zu viel Schaden. Ja. Oh, ich hab das eine vorher nicht mit. Ja. Ich hab nur noch 50 Leben. Okay. Ich verliere keine Leben. 49. Jetzt verliere ich Leben. Da ist das Riesen-Insekt. Ja, ich weiß, hab ich schon gesehen. Ah, Hilfe! Jetzt kommt mir wieder her. Ah, kacke. Da ist es. Ich bin mir auch tot. Ach ja. Du meinst, das war's? Ne, ich kann noch ein bisschen essen. Ich muss aus dem Gebiet raus. Hm? Ich muss aus diesem Gebiet raus. Hm. Ja, ich guck hier nochmal rum. 21. Kann auch, wie lange er jetzt anhalten soll hier. Wie ist das eigentlich? Wollen wir dann erstmal... Wird ganz schön dunkel grad. Wenn wir das nächste Mal sterben, erstmal Projektpause machen hiervon? Können wir wohl machen. Oh, 70. Oh mein Gott. 70 Grad gerade bei mir. Okay. Ach ja. Ich Health a Leute. lolololololol. Boah das läuft ja auch schon relativ lange, ne? Jaa, das läuft ja extrem lange. Oh, ich hab gotzinn meine Heim. Jaa. Hier rennen wir die Küche durch die Gegend. das ist immer das eine feuer machen damit mich das abkühlt endlich was wird kühler ja wie geil das alles gut das ist auch weil es gerade sommer wurde jetzt ist sommer ja ja deswegen wurde es noch heißer eben das war natürlich mies was geben die bonbons denn aber die bringen wir nur sogar leben weg ich muss gerade an diesem feuer stehen bleiben damit ich erstmal runter kühle komplett und soweit unter kühlen darfst du nicht dann erfrierst du das mit den jahres mit der immer richtig mies diese ja ich weiß nicht wie du meinst so 32 grad ich gehe noch bis ich gehe auf 25 grad und das ist eine gute angenehme temperatur macht du das mal so 26 grad ist ok da steigt er doch so extrem immer noch ja man kann kaum was machen wegen sommer jetzt oder was ja 37 habe ich schon ich hatte sie mit 26 gestartet ich habe jetzt schon wieder 40 da muss es irgendeinen trick geben genau so was das hier ja eis dabei haben fashion melon würde sagen eis dabei haben ja nicht nur eis sommer freeze keep cool ok da brauche ich zwei bürzel haben wir drei federn wir haben nur zwei federn nein man kann sich so ein ding machen ein raincoat das wollte ich ja letztens schon bauen da wollen diese bonchards bonchards brauchen dafür ok also so ein so ein regenmantel wollte ich mir aber da fehlte mir ein tentakel haut ok die du jetzt hast du das habe ich nicht der eine habe ich ja noch zwei woche die bärenbüsche die zertrocknen auch loooll ja ja nein ja ich kipp mir das noch alles anbrennt hier oder so mhm ich überlebe das hier nicht lange natürlich geht das aber auch ganz schön lange ja ach ja mal gucken ob ich überhaupt so einen stein finde das kann das jetzt schaffen 20 60 karten muss ich wieder ich hab gar nix da muss ich wieder weil ich tot bin nein baummenschen und ich bin tot ja abigail greift den auch hin ja ich mach jetzt einfach yolo diese baummenschen woher kommen die denn jetzt ja weil jetzt sind viele bäume wieder aua ist heiß so hast du das schon wieder veranstaltet ich hab Tannen abgehackt abigail nicht sterben das ist ein böser mann abigail ja aua sechs leben nur noch mal nein tot was du hast einen stein gefunden ja hab ich jetzt ernsthaft ja genau rechtzeitig genau rechtseitig oh meine sachen liegen jetzt hier rum jetzt wird dir natürlich heiß ne äh kannickel was macht ihr da 61 grad 62 63 64 nach bevor ich zurück bin bin ich tot die kannickel die wollen irgendwas von meinem essen ja die essen irgendwas bei mir auf glaube ich ja vielleicht weil die jetzt extrem hunger kriegen ich bin gleich wieder tot super ok wir wissen auf jeden fall bescheid wie es läuft hallo ich bin dann tötet mich schneller so oh mein gott na gut Leute das war jetzt nicht wirklich lang ja es war aber auch das mod pack dabei müssen wir dazu sagen ja ja man sieht es ja mit sommer winter ja aber wie ihr schon mitgekriegt habt jetzt in der aufnahme haben wir uns haben wir abgemacht dass wenn wir jetzt nochmal komplett sterben dass wir erstmal projekt pause machen richtig mal schauen vielleicht kommt noch mehr in der zeit alles raus wenn wir dann wieder anfangen ja also es kann jetzt projekt pause kann jetzt eine woche sein und dann kann es schon wieder sein dass wir wieder ja dann wieder moment machen kann aber auch länger ja mal schauen bei mir brennt grad hier alles meine ganzen sachen verbrennen ja hier fliegen partikel schon in der luftraum ja na gut dann wollen wir sagen bis ja hoffen wir uns hat euch auch trotzdem gefallen ja world reset ist gleich schon aber wir würden sagen wir sehen uns beim nächsten mal nach der pause wissen wir noch nicht wann die ist vielleicht fällt uns dann noch was alles neues ein vielleicht kommen noch irgendwelche neuen mods die wir uns dazu holen und bis dahin würden wir bei bekloppten sagen bei anderen projekten ja bei anderen projekten richtig bei minecraft 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 Mario Kart Mario Kart lieber bei und bei Mario Kart echt strip jaapper na gut Leute dann würden wir sagen bis zum nächsten mal tschau tschau tschit tschius